Hallo und herzlich willkommen. Ich habe eine Frage von Tien Hün. Sie fragt, Peter, wie spreche ich das Y eigentlich aus im Deutschen, wenn es in der Mitte vom Wort ist? Zum Beispiel in diesen Wörtern. Wie spricht man das Y aus? Okay, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das Y wird wie das Ü ausgesprochen. Aber wie ihr wisst, gibt es im Deutschen ein langes Ü und ein kurzes Ü. Das lange Ü spricht man Ü, wie im Üben. Ü. Ich lese mal. Psychologie. Psychologie. Psyche. Wir hören zuerst Pss. Ohne Stimme. Und dann Ü. Psyche. Psyche. Syrien. Syrien. Und Typ. Typ. Guck mal, der Typ da. Der Typ. Der Typ. Der Typ. Der Typ. Der Typ. Okay. Auf Englisch the guy. Look, this guy. Guck mal, der Typ da. Okay. Das ist das lange Ü. Okay, jetzt kommen wir zum kurzen Ü. Rücken. Ö. Ö. Fast wie Ö. 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 Rücken. Rö. Ö. Rücken. Ö. Hobby. Kurzes Ö. Also nicht Ü, sondern Ö. Okay. Rücken. Ägypten. Mit den Pyramiden. Pyramide. Pyramide. Nein. Pyramide. Dann kryptisch. Olympia. Und Symbol. Okay, das war schon alles. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und schöne Grüße an alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss mit Ü. Okay, tschüss.